. Das ist gut, oder? Ja. Ein bisschen starker Baum, aber es müsste gehen, oder? Ja. 50 Meter abnehmen, oder? Ja. Stopp, ist gut. Das ist gut. Auf Wiedersehen. Ich bin hier zum Vorbereiten für die Weltmeisterschaft in Schweden und arbeite mit der Husqvarna 5,76m. Ich habe sie gewählt, weil sie sehr gut ausgeglichen ist, das Gewicht ist nicht zu schwer, bei hoher Drehzahl, sie funktioniert sehr gut, kraftvoll, ist ein gutes Produkt.